Bist du bereit, um heute den Titan zu besiegen? Oh ja, das bin ich für euch ja da oben! Oh mein Gott, siehst du ihn da hinten? Guck mal da hinten! Wo denn, wo denn? Hier vorne, da vor uns, direkt der riesige Titan da hinten! Nee, das ist nicht der Titan, das ist was von anderen Titanen. Jee, okay, 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 was müssen wir denn machen hier, sag mal! Das ist ein richtig krass, ein roter Titan, ne? Du müsst jetzt hier... Wow, bam! Bam! Erstmal gegen diese Monster kämpfen. Super Slash! Ich weiß, hau die richtig weg! Ich hab auch grad richtig viele Slices und sowas, ne? Ja, was genau müssen wir machen? Also wir müssen hier diese kleinen Monster zerhauen, sozusagen, ja? Wow, bei dir brennt's auch, ne? Alter, bei dir brennt das ja richtig, helfe ich mit dir! Ich weiß, was ich zu was lässt! Wow! Oh mein Gott, okay. Das Ding ist, wir müssen dann auch gucken, dass wir heute ein hohes Level erreichen. Ja? Und anscheinend ist der richtig, richtig stark. Ah, lol! Okay, okay, gut zu wissen. Ich glaub, ich kann hier gleich mal verkaufen, ne? Ich glaub, man kann so seine Sachen verkaufen, oder? Ja, ich muss auch da übergucken, wo man es machen kann. Ich glaub schon. Alter, ans Dappelbild steht's hier, Junge! Und Stopper, Junge! Ich bin hier so am Start gerade! Ich hab auch grad Super Slash! Okay, Mann, ich hab jetzt... Ich hab auch, man hat so einen Rucksack, ne? Da hab ich jetzt 37 von 50. Okay, dein Rucksack ist voll. Alles klar. Okay, ich hab 12 von 50. Okay, hier nochmal ein bisschen. So. Jetzt kann man hier jetzt hier hingehen, das kannst du das alles verkaufen. Oh mein Gott, man kriegt... Ich hab ein Ei bekommen! Ein Grutei! Was? Wie hast du das denn? Hast du das denn herbekommen? Einfach jetzt grad beim Verkaufen. Okay, ich hab auch verkauft, Mai. Oh mein Gott, wir können auch noch so Kisten und sowas holen, ja? Ich hab jetzt... Oh mein Gott, ich kann mir jetzt hier einfach mal neue... Warte mal, hol ich mir jetzt... Ich weiß nicht, was wir denn hier kaufen? Schwerter! Ich kaufe mir jetzt hier einfach mal ein neues Schwert, würde ich sagen. Oh! So, das kostet hier schon... Wo kannst du das machen? Hier vorne direkt neben Verkaufen. Hier, für 55. Ach, Schwerter! Coins kann ich mir hier ein Schwert kaufen, neues Messer hab ich jetzt geholt. Und ich hol mir auch noch mal einen neuen Rucksack, ne? So ein Holz-Doll. Ich hab' ich jetzt auch grad am Start, das sieht echt krass aus. Ja, man sieht echt krass aus. Okay, also du hast gesagt, du hast ein Ei bekommen. Das heißt, da vorne kann man so ein Ei noch öffnen, glaub ich. Hier irgendwo, oder? Oh mein Gott, ich kann mir den einen Rucksack noch gar nicht leisten, den du hast. Ja, ja, ja. Ich hab schon ein bisschen antrainiert hier, ne? Aber ich frag mich, also ich frag mich gerade, wo das Ei... Oh mein Gott, alle auf den! Alter, alle auf den einen hier! Alle auf den! Boah, richtig krass. Level-Aufstieg. Ich frag mich gerade, wo man jetzt dieses Ei benutzen kann, ne? Ach, hier! Wo denn? Guck mal! Hier wird der Pfeil mir hier hingezeigt. Okay, und was steht da, was steht da? Ich hab eins gratis. Hey, Leute, ich hab keins gratis. Hier unkorrekt. Wow, und komm schon... Was siehst du? Was siehst du? Was ist das denn für ein Tier? Irgendwas gewöhnliches, aber... Oh, ich helfe mit dir! Es ist ein Hund. Und ich hab dadurch ein mehr Schaden. Ah, ja, das ist natürlich, ne? Das war dann natürlich auch geschenkt, ne? Ja, für Gas geschenkt. 1500 schon, alter, was? Okay, dann kauf ich mir jetzt das schon. Das hat eine bessere Schnittrate. Ja, maximal. Und ich glaub, den größeren Rucksack kauf ich mir direkt. Ja, hast du jetzt den grünen Rucksack schon? Oder welchen holst du dir? Ich hab jetzt den roten Rucksack für 600 gekauft. Alter, was ist das? Aber jetzt hab ich auch kein Geld mehr, leider. Okay, okay, ich glaub, ich hol mir gleich mal so ein seltenes Ei da in vorne. Wie teuer war das seltene Ei nochmal? 700 oder so? Also, wenn das 700 kostet, geht das eigentlich voll fit, ne? 700 würde eigentlich klar gehen, ja, save hier. Oh, ich glaub, man kriegt jedes Mal, wenn man rebirtht, Geld? Oh mein Gott, ich bin on fire! Ja, du kriegst jedes Mal, wenn du rebirtht... Ach, ich weiß jetzt, was das rebirthen ist! Du sammelst sozusagen diese Schläge, diese Schwinge. Also, wie oft du schwingst, sammelst du und damit kannst du dich rebirthen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich seh's gerade. Und wir verkaufen sozusagen beim Rebirthen unsere ganzen aufgeschwungenen Sachen, da haben wir jetzt grad 7000 von. Und umso mehr wir geschwungen haben, umso stärker sind wir auch, weißt du? Du musst richtig schnell klicken, Albert, dann kriegst du noch richtig viel. Ja, save, save. Ich bin ja voll hier. Oh Mann, ich kann dir jetzt schon wieder verkaufen. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. So, ich verkaufe mal, ich habe jetzt 811 Dollar und ich kaufe mir jetzt hier mal so ein seltenes Zauberei und... Warte, ich muss ein Zauberei kaufen. Gewöhnlich, nein, ich habe nur so ein Hühnchen gezogen. Bei 8, wo bist du im zweiten Bereich hast du's geholt? Im zweiten Bereich, so ein Hühnchen habe ich hier gezogen. Okay, warte, ich komme jetzt zum zweiten Bereich. Oh, ich kann mich nicht teleportieren, das kostet Pro-Bug. Ja, schade, schade, schade. So, hier. Weil ich komme mal jetzt hier schön durch. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, hier war alles kaputt. Du kannst davon, du hast so ein weiser Zauberraster, mit dem kannst du gehen. Ich habe mir, glaube ich, irgendein Ei gekauft, gewöhnlich, das war außersehen, ich wollte es gar nicht. Ja, hol dir noch eins, gewöhnlich ist halt nicht krass. Das war das 700 Dollar Ei, ach, verdammt. Ja, das habe ich mir eben auch geholt, safe. Komm schon, noch mal bitte, bitte was Gutes. Wieder gewöhnlich, zweimal Hühnchen bekommen. Alter, was, ich hole mir, pass auf, jetzt sieh mal zu, wie man das so ein Meister macht. Oh, ich kriege da durch mehr Schaden. Und die, gewöhnlich, nein. Oh, das ist natürlich belastend jetzt gerade, ne? Alter, ich könnte, warte, ich kann doch nicht in den nächsten Bereich, ich könnte mir aber noch ein Ei holen hier. Oh, ich habe jetzt, warte, der nächste Bereich kostet 16.000, ne? Ich hole mir jetzt, glaube ich, mal noch mal ein neues Schwert und das kostet jetzt einfach schon 2700. Ne, das hole ich mir jetzt. Was? So, bam, habe ich am Start. Stimmt, ich gucke auch mal nach dem neuen Schwert, dann kann man halt diese Titan da besser holen, ne? Ja, safe, safe. Und ich hole mir auch mal einen neuen Rucksack, so, den roten 600 habe ich auch mal am Start. Alter, das ist ja ein Riesenschwert jetzt. Alter, wenn du siehst, wie groß das ist. Lol, wie schnell das schlägt. Ich will das, ich will das andere noch holen. Alter, oh mein Gott, selbst so einen Typen hier holen, ich jetzt mittlerweile schon mit ein paar Schlägen. Boom! Alter, es geht so schnell jetzt schon, was? Ey, ich brauche auch ein neues Schwert. Oh mein Gott, das hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, auf die Schwerter zu gehen, da die zu leveln. Ich glaube nämlich auch, ne? Hier, Super Slash, bam, dich habe ich, du Titan hier. In den nächsten. Ich glaube, ich habe jetzt genug, um jetzt ein neues Schwert zu kaufen. Schon wieder, hier, den hole ich mir auch mal ganz kurz. Ne, ne, ich habe mir noch kein neues gekauft. Ah ja, okay. Jetzt kann ich mir... Rebirth, ähm... So, hier, die hole ich mir auch schon wieder voll. Mann, ey. Hä, ich habe gerade was gekauft, aber habe kein Geld bekommen. Was? Das ist ja richtig unkorrekt. Hä? Wieso vor allem? Was ist das denn hier? Hier ist das so geil. Ich habe ein geheimes Ei gefunden. Unfair. Okay, jetzt bleibe ich wieder gerebirthed, aber ich habe kein neues Geld bekommen. Ich kaufe mir hier auf jeden Fall nochmal so ein Zauberei und bekomme... LEGENDÄR! Ja, ja, ein Toaster, 2% Chance, den zu kriegen. Was? Oh mein Gott, was? Ich hole mir direkt noch eins. Oh mein Gott, ich habe jetzt ein neues... Ich habe jetzt auch ein neues Schwert. Das sieht richtig... Alter, das ist ja richtig groß. Okay, okay, sehr gut hier. Das Schwert ist ja richtig krass jetzt. Ja, ja, safe, safe. Das ist richtig krass. Man muss halt nur richtig schnell Lightning reinmachen, ne? Hier ausrüsten. Ja, ja, man muss richtig, richtig schnell einfach aufeinander bahnen. Ich gucke mal gerade. Ich brauche auf jeden Fall einen größeren Rucksack. Nein, nein, ich habe meine ganzen Diamanten aus Versehen aufgegeben für die Eier. Ja, nein, ich habe das ausgesehen von den Diamanten gekauft. Ich hole mal gleich mal neue Upgrades von den Diamanten. Okay, ich kann schon wieder verkaufen. Ich brauche unbedingt einen größeren Rucksack. Bamm, 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 bamm. So, benü. So, sehr gut, hier. Okay, Rucksäcke. Revers hier, so, zack. Das ist 6000 der nächste. Alter, hier der Riese, ne? Der Riese ist langsam auch kein Riese mehr. Hier die letzten 900 Leben. 800 700 600 ich guck mal ich hole mir denn jetzt hier kommt mit hier 400 ja ich auch was ich bin ich habe sich diamanten bekommen weißt du was du hast du jetzt gerade 150 alter weißt du was du dir holen kannst du mal auf die schatzthron kauft immer so eine legendäre kiste eine gold kiste für 80 diamanten da kannst du dir eine holen ich guck mal ich kann mir sogar zwei holen ja safe safe okay ich gehe auf die kisten und jetzt kann ich mir stimmt gold okay ich kaufe einer das ist in der gold kiste ich drücke die daumen die daumen oh mein gott was das sind für ein schwert auch so ein skin nein mach keinen mistake als wenn es nur ein skin ist ich geh mal noch 1 für 80 als ob es nur skins sind jetzt das sind auch krasse schwerter noch eine kiste und was das und rot eine spur was soll das denn bringen oh nein das ist das ist dann hinter dir her die farbe aktivier mal du hast deine ganzen diamanten verschwende das sind nur skins oh mein gott wie schlecht guck mal mein schwert sieht jetzt so aus und mein slash aber dein schwert sieht krass aus mit abstand das krasseste hier aber es hat glaube ich keinen vorteil ne 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 sieht nicht so oh mein gott das ist die neue boss hier vorne gespawnt siehst du den hinten stimmst du vor 119.000 leben hat der was war ich nicht der braucht viel zu lange hier den nötig mir zu lange komm schon jetzt gegen ja worte ja ich habe wieder feuer und zerstört ja auch hier die kann ohne gar kein problem hier den typen den machen wir auch noch mal ganz kurz klein hier ich kaufe jetzt wieder ein paar eier jetzt hier ne ich muss jetzt ein paar eier kaufen ey warte mal du kaufst dir gleich den nächsten bereich frei was stimmt du hast recht oh mein gott selten ne goldkiste selten was hä wie das habe ich denn jetzt gerade bekommen ach die hast du lol die hast du bekommen jetzt hast du die öffnen unten bei den schatten guck mal ich kann die ausrüsten es ist ein haustier was was aber selten bekommen das hat oh mein gott wie kreis schaden bringen wir das mehr wie krank das ist schon genug geld 11.000 habe ich gerade ich habe noch ein bisschen was kaputt jetzt hier richtig den ritter hole ich mir auch schon hast du auch schon hast du genug geld schon ja ja nicht genug geld jetzt ja okay warte mal ich glaube ich kaufe mir jetzt auch mal mit den diamanten hier mal so eine schaffst du ganz vor war aber ich habe alles kaputt und was ist drinnen bitte was kann das kasse ist alter selten messers war es aber auch richtig richtig krass aus sind ja du skins sie bringen doch gar nicht krank aus ich kaufe noch mal ganz kurz ein eifer wieder ein glück ja mach mal gewöhnlich nur so ein huh schade 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 vielleicht noch mal jetzt hier kaufen haben schon wieder nur ein huh ich habe so viele hühner da du bist ja ein richtiger hühner mann ohne spaß also hier jetzt ein glück bitte wieder ein huhn jetzt kann ich eine hühner farm aufmachen ja aber wirklich ich will mir jetzt hier auch noch mal ganz kurz so eine schatztruhe noch mal auch wenn es nur ein skin ist und ja was das hier noch krasser aus ein kurs gehen fürs schwert sie krass das aussieht das sieht so cool aus ich habe jetzt noch schön dagegen beim 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 wie viel geld hast du jetzt gerade kannst du auch noch in den nächsten bereich ich könnte schon in den nächsten bereich reingehen okay warte mal ich verkaufe mal vielleicht kann ich da auch schon rein ich schau mal ganz kurz war es könnte sein dass ich dafür dass ich dafür schon genug geld habe die neugeboren das sind auch 1000 dollar fehlen hier noch 1000 münzen soll das habe ich aber gleich hier noch ein paar schilder zerstören hier und das hier auch noch mal schön verkaufen kann ich mir schon mal was neues kommt jetzt hier an ich kann sie doch selber irgendwelche krassen austierischen holen oder nicht ich könnte mir ein neues schwert kaufen aber dann muss ich das geld wieder sammeln so ich verkaufe noch mal das müsste reichen jetzt hier wir gucken mal und boom und ja es reicht doch nicht ganz 24 20 dollar ich glaube ich bin schon mal rein in den bereich oh mein gott hier sind so ist so schneegebiete und die sind so yetis hier zeig mal warte mal jetzt habe ich auf jeden fall genug ich komme rein hier so schnee dies schnee oh mein gott stimmt was hat man da vorne jetzt man hat ja glaube ich irgendwas neues neues ei oder so naja das ja safe safe neues ei neue upgrades oder mein gott du kannst hier zusammenführen ich kann die hier für 50 diamant zusammenführen habe ich jetzt mal gemacht mein huhn bringt jetzt schon fünf oh mein gott mein huhn bringen auch fünf was alter ist ja anders krass jetzt schon hier das ist richtig heftig alter okay ich muss schon sagen wir sind auf jeden fall richtige maschinen geworden muss ich aussagen richtig heftig nicht schlecht ich würde sagen freunde wir haben auf jeden fall ein paar titans zerstören können und wurden auch nicht eingegrenzt worden ihm wenn es nicht gefallen wenn zuschauen lassen wir gerne einmal ein like und auch ein abonnatur wie die karte kennen als von einmal videos aus wir sind es nächsten wieder habt einen würdlichen tag bis dahin und ciao